hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück auf der nautfriesischen marsch dem wirtschaftsprojekt im landwirtschaftssimulator 17 neue aufnahmesession neues glück ich versuche mich mal eben hier kurz zurechtzufinden was war denn hier los hier steht eine feldspritze ja ok was steht hier sonst noch so in der gegend rum eigentlich nur die feldspritze alles andere ist zu hause ok jetzt gucken wir mal eben auf die felder meine wir haben ordentlich angesät ne gehe ich jetzt mal von aus so da sind zwei düngestufen drauf und hier fehlen noch jeweils zwei düngestufen eine und da auch jetzt weiß ich gar nicht würde das immer müsste man den faden so komplett verliert wenn wir eben gucken was geht denn hier die brauchen wir gut lange zum ausklappen die spritze hier die denn die düngungsstufe hier jetzt schon an oder müssen wir noch warten probieren wir mal eben aus ja sieht nicht so aus ich glaube da müssen wir noch warten tatsächlich springen wir eben hier aus dem fahrzeug damit wir mal mehr sehen hat er nicht gemacht dann müssen wir hier also tatsächlich noch einmal warten wie sieht es denn hier drüben auf der wiese aus welche stück haben wir hier ist auch schon gedüngt ja also sieht man auf jeden fall ganz eindeutig gut dann wird das halt nix dann klappen wir die mal eben fix wieder zusammen stellen die mal hier ein bisschen wieder beiseite ich glaube hier sind noch irgendwelche questplay mods geladen kann das sein ich habe hier glaube ich noch ein paar kurse gemacht arbeiten dünnen spritzenfeld 19 ok dann würde ich auch sagen dass hier spritzenfeld 19 auffüllen dazu gehören würde holzhackerhof wäre ja ganz klar ein transportweg hof baumstämme baumstämme holzhacker bäckerei wasser holzhackerhof können wir dann dazu bäckere drüben ne moment doch es ist echt ich steig hier grad nicht mehr durch 2 sehen meist groß ok lassen wir das eben erstmal jetzt gucken wir mal was ist hier geschehen auf feld 19 haben wir hafer drauf auf feld 2 haben wir sonnenblumen auf feld 1 weizen und auf feld 20 kartoffeln was ist mit feld 15 haben wir hopfen drauf gut und feld 1 ist noch gar nicht richtig eingesäht motor aus im feld einzeln ich glaube da muss immer nachgesäht werden wo ist sie überhaupt die große hässliche sämaschine hier stimmt so einiges nicht da hauen wir mal eben direkt hier da steht die hässliche sämaschine die funktioniert irgendwie nicht so geil ist eine gute kartoffel ansehmaschine aber irgendwie für den rest nicht zu gebrauchen gut da lassen wir den tent machen steigen wir noch mal eben in die amazone ein und hauen da ja was auch immer da jetzt rauf weichen können wir gucken ja es ist immer es ist echt blöd wenn man so komplett raus ist ich muss irgendwie meine aufnahmen anders strukturieren damit man nicht mal komplett raus geschossen ist ich darf entweder nicht mehr so viel aufnehmen oder ja gut ich sag mal so ich finde das jetzt auch gerade ein bisschen laut ich glaube ich mache das wieder leiser auf 20 prozent hat man es wirklich immer es wird die neuerung geben da das projekt viehzucht auf der hofbergsee demnächst auch täglich kommt und ich da so eine viertel stunde bis 20 minuten jeden tag raushauen möchte werde ich auch hier folgen etwas einkürzen damit ich das zeitlich überhaupt auf die kette kriege auch hier werden wir jetzt nur noch 15 bis 20 minuten machen täglich das mal eben mal so schnell am rande in die runde geworfen was soll das gerste sein oder weizen kann ich das hier nicht irgendwann nachgucken ach das ist doof moment mein farming tablet kann mir doch bestimmt was darüber sagen hoffe ich ich hoffe das ist weizen Mist schade 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 guck schade 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 die schade uppers in schade Management ... aber wir lassen jetzt offenbar von dem helfer war damit er nur die reste übernimmt ja und dann starten wir mit der helfer so den lassen wir eben arbeiten jetzt muss ich mal weiter überlegen wir müssen uns glaube ich auch wieder um die tiere kümmern ich glaube da die haben ordentlich bedarf dass wir uns um die kümmern ja ich werde weizen angesehen davon haben wir nicht so viele passt eigentlich alles klar kann aber saatgut und dünger mal herstellen weiterhin irgendwas habe ich auch hier mitgemacht ich habe hier irgendwie paletten von irgendwo nach irgendwie was weiß der geier wohin gefahren ach ist das nervig gerade wirklich selbst das ist gelassen würde ich jetzt mal sagen gut wir brauchen mal eben eine traktor nehmen wir den john hier dafür dann holen wir mal ordentlich mist und gülle da hinten raus und mal weiter saatgut und dünger zu produzieren ich glaube unser anhänger steht dahinten unser hof anhänger das machen wir jetzt mal eben einfach wir können ja mal eben reingucken wissen ob der stand der dinge hier mist haben wir 34 prozent aber keine gülle wir haben auch noch ein bisschen dünger was ist hier los hier ist gar nichts und kein dünger und kein getreide da muss also dünger und getreide rein also brauchen wir wir fangen mit dem mist mal so damit wir überhaupt was machen ich muss jetzt hier irgendwie erstmal wieder ein bisschen rein fickeln wird ein zwei folgen dauern dann habe ich auf jeden fall irgendwie einen plan den ich verfolgen kann ja dann läuft stopp mist ist auf der anderen seite da können wir jetzt noch hier durchfahren das muss ich glaube ich einmal komplett oben rum fahren war ihm aber durch den schweine stell durch was ist das für ein bunker hier die namen fressbunker aus oder was erzfrüchte raps und soja getreide schweinefutter sollten wir auch produzieren also wir sollten uns ja um einiges mal kümmern dass wir zumindest mal die gerätschaften hier auf dem hof im gang kriegen die uns ja quasi hier erstmal die arbeit erleichtern sollten uns versorgen ja ok dann holen wir hier erstmal richtig viel mist aus ich würde sagen wir stellen uns mal ein bisschen hier so seitlich ran so pass dann holen wir uns da ja der teleskoplader das nicht so gut packt nehmen wir uns den dicken radlader dafür mit der schaufel ich hoffe ich kann jetzt hier durchfahren muss ich doch nicht so weit ausholen oder ne komm ich hier komm ich hin durch den rück aber der fährt sich echt urig der radlader der hat eine merkwürdige lenkung das ist nicht so die typische knicklenkung wie bei dem kleinen jcb lader so schön einmal voll machen wir werden ja ich würde sagen wir haben jetzt alles was wir haben an miss für unsere produktion da hier rein und dann gucken wir mal können ja auch mist und so weiter noch für sämtliche andere sachen benutzen ich glaube nur zum kompost herstellen das war ja echt nicht viel hier knapp einer halb schaufeln voll ich glaube das ist auch noch gar nicht so lange her dass wir hier mist rausgeholt haben ok dann brettern wir gleich mal zu den schweinen zu den kühlen hoch und machen da mal weiter fährt er sich merkwürdig bisschen ein bisschen airig aber gut ist ein hochfahrzeug wir haben hier keine großen wege zu absolvieren was haben wir denn hier noch an mist drin dürfte wahrscheinlich auch nicht allzu viel sein ich hoffe es lohnt sich wenigstens ein bisschen aber doch hier schon ein bisschen mehr drin ok dann holen wir uns den anhänger hier eben her ich wollte gerade sagen was los warum fährt denn der nicht wirklich an aber ich glaube der ist jetzt schon leicht überfordert der hat auch nicht der hat auch glaube ich gerade mal so 300 ps ich meine müssten eigentlich auch mal locker reichen für das bisschen was wir hier gerade drin haben oh die kartoffeln haben schon die erste wachstum also die nächste wachstumstücke erreicht und wenn auf feld 1 komplett fertig angesät ist dann schalten wir auch die uhrzeit mal wieder ein bisschen vorwärts damit dass ich auch vorangeht euch mit dem rad leider kann ich in der in perspektive noch nicht so ein bisschen urig aber hier ist schon noch ein bisschen mehr misst und auf jeden fall wir mal gleich was wir da in gülle rausholen können ich muss mal überprüfen was brauchten wir denn jetzt eigentlich noch ach ja paletten genau ich habe glaube ich dafür gesorgt dass wir paletten herstellen mittlerweile das letzte mal deswegen steht auch glaube ich der lkw noch hier das müsste ich auch nochmal überprüfen ob das ob ich das wirklich gemacht habe weil wir brauchen link paletten damit unser bäcker brot herstellt damit wir mal so ein bisschen geld kommen hier ne jetzt der kuss der ist voll ja sowas ok dann fahren wir damit halt noch da hinten hin die richtung stimmt ja eh und vor allem blenden die scheinwerfer hier drin diese oder das arbeitslicht blendet mega in der scheibe so das ist leer ich muss mit dem gerät auf jeden Fall richtig aufpassen dass ich meine felder kaputt habe aus versehen abstellen und einen fetten u-turn machen so steht dann zum traktor laufen dann kippen wir die 47.000 liter da jetzt nochmal rein ich denke mal die sollten schon oh ne kaltiger knopf da hin mal ein bisschen runterschalten hier damit er überhaupt mal anfährt leicht überfordert jetzt der john deere ich glaube wir brauchen noch einen viel stärkeren hoftraktor und die Ja, lange nicht, noch ein ganzes Stück vor. So, das sieht gut aus und abkippen jetzt hier. So, jetzt hat Helfer C die Arbeit beendet, das kontrolliere ich jetzt mal eben. Oh, hier wechselt es schon teilweise, das ist nicht gut, und wieso hat der hier die Arbeit losen da? Hä? Was macht der denn hier? Und noch können wir hier glücklicherweise drüber fahren. Ja, hier fehlen überall solche riesigen Stücke. Okay, hier ist angeseht. Hier fehlt wieder was. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich leider leben. Hier fehlt auch noch was. Ja, was soll's? Lassen wir jetzt so. Das Feld wird uns jetzt wahrscheinlich düngstufentechnische lange Zeit Kopfschmerzen bereiten. Aber lassen wir so. Das ist mir zu aufwendig, das alles rauszuarbeiten. Was mit der Sämaschine da nicht funktioniert hat. Oh. Bin ich denn hängengeblieben hier? Ja. Oh, ich sehe gerade, die 20 Minuten haben wir ja schon wieder erreicht. Irgendwas haben wir geschafft. Eigentlich nix, ne? Ja. Gut. Aber so ist es, meine Freunde. Wir stellen hier eben noch die Sämaschine rein. So viel Zeit muss sein. Zack. So. Und den parken wir auch wieder an der Seite. An seinem Platz. Okay, meine Freunde. Ja. Das war jetzt eine Folge. Ich, ja, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht, wenn ich es mal so sagen will. Ich, äh, ja. Ich musste mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Eigentlich bin ich immer noch nicht da angekommen, wo wir am letzten Mal aufgestellt haben, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, meine Folgen nochmal vorher zu gucken, was wir getan haben. Gut. Okay. Manchmal mache ich halt auch noch ein paar Kleinigkeiten auf Stream. Ähm. Ja. Das weiß ich dann eh nicht mehr. Aber gut. Die Folge ist jetzt erstmal zu Ende. Wie gesagt, wir machen nur noch 15 bis 20 Minuten. Jetzt sind wir schon wieder bei 20 Minuten, weil ich, ähm, ja, schon rumgetrödelt habe. Ich bedanke mich auch trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet doch bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Oder hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Und abonniert mich kostenlos, falls ihr dies noch nicht getan habt. Dann sage ich bis morgen rein gehauen. Dann sage ich, wir sind hier ein Däumchen geben. Vielen Dank.